Hallo, ich freue mich heute, euch die Kristallglas-Klangschalen vorzustellen, die hervorragend für Klangreisen, für Energiearbeit, für Klangmassagen gedacht sind und die werden sogar im Konzertrahmen eingesetzt. Die Klangschalen klingen sehr lange, sehr klar, lassen sich hervorragend anreiben und sind wirklich, wenn man möchte, sehr intensiv vom Klang. Das heißt, man kann die sehr intensiv laut anspielen. Ich empfehle auf jeden Fall, sich selber auch mal in die Höhe derjenigen zu begeben, falls die Personen liegen und der Kopf ist eher auch auf dieser Höhe der Klangschale. Mal in diese Höhe zu begeben, da die im unteren Bereich anders klingen, als wenn man steht im Raum. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei der Vorführung. Ja, wenn gewünscht, gibt es zu den Klangschalen jeweils eine extrem gut gepolsterte Tasche. Das heißt, im Inneren hat man ein sehr dickes Polster. Die Klangtasche ist selber auch noch mal genauso dick gepolstert. Die ist von unten so gepolstert und von oben dick gepolstert. Zur Klangschale gehört ein einfacher Schlegel. Ich empfehle eventuell noch den Klangschalen-Gummiklöppel-Schlägel mitzubestellen, weil man da noch mal andere Möglichkeiten hat vom Anreiben der Klangschale oder vom Anspiel. Hier an der Tasche befindet sich eine kleine Tasche, wo man den Schlägel noch hineintun kann. Und die Tasche lässt sich mit einem Reißverschluss wunderbar zumachen. Im oberen Bereich zum Tragen sehr gut hier mit Klettverschluss zu verschließen. Und dann kann man sicher transportieren, wirklich sehr sicher transportieren, beziehungsweise auch zum Hinstellen, wenn man die nicht jeden Tag nutzt, damit man sie sicher in der Wohnung oder im Therapie-Praxisraum hat.